Hallo und herzlich Willkommen. Moin Moin. Das ewige Slot-Maschinenspiel geht weiter. Genau. Da 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 da. Geh weg. Eigentlich kann ich, ja jetzt kann ich ja gleich schon gucken. Elektro ist aber auch nicht. Ja ja genau. Lass uns hier alleine. Wir sterben dann für dich. Ach, hier hält es doch aus. Außerdem habe ich gerade gesagt, dass ich jetzt hier auskalken. Hey cool, ihr habt mir Zeug hinterlassen. Wie, legendär oder nur normal? Ne, normal, aber das hat einen Sockel und ist auf jeden Fall besser. Brauchst du einen, äh, royalen, äh, hier, Rubin meine ich? Ich? Ja. Eventuell. Obwohl, die kann ich ja nicht geben, oder? Kann man... Ne, äh, ich habe Edelschein und Account gefunden. Verdammt. Aber jetzt kannst du dir ja selber welche machen. Aber ich kann dir bestimmt Geld geben, falls du nicht genug Geld hast. Hm, kann man das? Kann man Geld haben? Ich dachte, das ist ja auch einfach geworden. Mein schon, oder? Guck mal ein paar Gegner mit. Bin eigentlich ganz zufrieden mit meinen. Ich kann mich echt nicht beschweren. Außer vielleicht, dass es zu viele sind, aber... Du hast zu viel Geld. Cool, ich kann Dauerfrost strahlen. Wir sind zu viele Gegner. Irgendwie habe ich gerade ein Lebensproblem. Ich nicht. Kann Leo Dash mal sterben? Wer ist Leo? Der Elite Gegner, der in der Welt kommt. Ah, Leo Dash, der Pirsche. Organs. Achso, deswegen. Elite Gegner und... Ein... äh, wie heißen die? Unique, äh... Haben die Schmelzern? Ob? Ja. Ne, Schender. Und die stehen in der Schendung. Und mich irritiert das eigentlich gar nicht. Schendung und äh, äh... Sphären und Albtraumhaft. Aber deswegen bin ich immer hinterher gerutscht. Ich glaube, jetzt ist er tot. Hey, der hat das ein tolles Zeug. Ne, der lebt noch, ne? Ne, ich glaube, der ist kaputt. Ich brauche mir Zeit. Pff. Mario haut auf irgendwas rein und... Keiner interessiert. Hey, ihr Duplikat hier unten spielt die Musik. Ach, der ist schon tot. Nehmen wir 50. Das ging ja schnell. Ja. Äh, okay. Und dann? Jetzt hab ich die andere Waffe benutzt. Jetzt mach ich 20.000 Scharen. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Ja, dann mach mal. Ja, okay, äh... Äh, etwas mehr als doppelt so viel als bei dem oder so. Obwohl, das geht doch deutlich schneller. Ich geh doch auf des Hintergrund. Ja, doppelt so viel geht auch nur, ne? Okay, ist nicht. Hallo? Hallo? Was denn? Moin, moin. Ich will meine Fähigkeiten ändern, geht nicht. Warum nicht? Sind wir irgendwie im Kampf oder so? Vielleicht die Tanzen? Du bist, du hast, du hast tatsächlich noch so ein Kampfsymbol, ja. Ich kämpf doch gar nicht. Mach doch mal deine... Irgendwo die Hütter stehen gelassen. Mach doch mal deine... Mach doch mal deine Duplikate, vielleicht haben die noch irgendwas. Ne. Geh mal in die Stadt. Ich muss zurückkehren. Wir müssen uns ja eigentlich wechseln. Wir in der Stadt kannst du nicht kämpfen. Hahaha. Sag mal. Zweite Aufnahme-Session der Season 10 und ich finde schon 50 Milliarden Bugs. Jetzt kann ich meine Fähigkeit nennen. Komisch. Ich sehe mal, da hat irgendeiner deiner Duplikate... ...ein Dauerschleife gemacht und ist dann verschwunden derweilen. Ja. 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 Das ist gut. Ja. 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 Ich möchte doch Entropie haben. Ich finde das einfach geil wenn die manchmal das machen. Sieht einfach nur helllich aus. Wo sind die? Da. Der Frostnobel. Ein heilsamer Ring der Todesquallen. Ja das ist irgendwie ein bisschen widersprechlich. Ja. Trotzdem. Da kommt es nicht nur mir so vor. Fast genauso gut wie Schattenweiß. Schattenweiß. Ja das ist. Da kommen wir halt hier sind Treppenstufen. Kommen wir hier runter. Gucken was hier ist. Ja. Wer ist jetzt wo? Ach der Ohr. Boah. Hat sonst alles recht. Voll. Ist der Helm nutzlos gewesen. Wir wollen den weggeschleudert haben. Tödliche Würge habe ich jetzt gerade gefunden. Ne. Da haben wir voll freigeschalten. Boah. Ach. Tötet die. Äh. Tötet 10.000 Gegner während die hier den Kampf auslangen. Ja. Ist cool. Es ist echt selten dass man hier mal lang geht ohne hier anzukommen bevor man. Äh. Ich glaube das war sogar eine Saisonreise. Bevor man in das Richtige reingeht. Oder habt ihr das schon öfters geschafft. Ja. Bevor wir bei dieser Brücke sind schon in dem äh in den vergessenen Ruin da gewesen zu sein. Ja. Also jetzt bin ich normalerweise wenn ich alleine spiele ähm immer so dass ich ähm eher so an das ganze Gebiet er konnte. Okay. Äh. Ich hab irgendwie das Gefühl dass ich äh aus Prinzip daran vorbeilauf und dann da oben ankommen und denk so nein. Schon wieder soweit. Oh hier ist es. Ja ich hab da auch einen gelben Pfeil. Erstmal hab ich ein Level ab. Das will ich erstmal begutachten. Auslöschen würde ich nie haben. Aber ich kämpfe ja schon die ganze Zeit gegen einen so einen blöden Vogel. Ja ich helfe dir gleich so in 5000 Jahren. Naja jetzt ist er kaputt. Das Töten eines Gegners gewährt ein Schild. Hm. Zieh mal Stapelschild. Klingt jetzt auch nicht so sonderlich. Ich gehre in die Stadt zurück. Ey. Ich bin da. Ich auch. Wir sind uns einig. Wir sind uns einig. Tagebücher braucht man nicht lösen lassen. Flatsch. Niemand kann mich aufhalten. Warum nicht da Gold? Hä? Hier lag gerade eben. Und noch bevor wir da abnehmen kommen. So ein Gold auf dem Boden. Irgendwie 742 oder so. Das ist ne Menge. Ja. Aber warum liegt das da? Vielleicht hast Treiber der Wilde das denn gelegt. Ja so Lackmittel ne. Da haben wir das eine Trottel und das stirbt. Es lockt ja schon diese hohen Schadens dann. Ich habe auch tatsächlich ne Waffe die nämlich auf 5000 Schaden hochpusht. Damit wäre ich auf jeden Fall Nummer 2. Nummer 1 ist mir jetzt unerreichbar. Ich habe einen Champ entdeckt. Rechte Seite. Wollte er den bekämpfen? Was? Hä? Champ rechts. So. Blau. Da liegt schon mal die Gold. Hat Teleport, Arcan und schnell. Da liegt kein Gold. Doch. Da liegt kein Gold. Ne. Da liegt kein Gold. Du lügst. Lass das. Lass das. Boah. Cool ausgewichen. Oh Gott. Ich wollte ausweichen. Natürlich. Ah ok. Oh Gott ging auf Ausweichen. Da flog er an der Kamera vorbei. Weil ich beschwere sich die Zuschauer, das ist alles gestellt, das ist gar nicht echt. Genau das ist nur ein Video was abspielen. Wir tun nur so, als wären wir die Prost hier. Ja. Es ist auch echt unwahrscheinlich, dass wir dann so kamerawirksam, also da so langfliegen so. Oh guck mal da liegt was. Da ist wo. Achso. Ja und da liegt jetzt auch noch was. Oh guck mal da kommt was. Also das war nicht abzusehen. Ne. Überhaupt nicht. Haha er hat dich weggepuckt. Und mich auch. Ich weiß gar nicht. Ich glaub meine Frostnummer macht überhaupt nichts. Die macht irgendwie gar nichts mehr. Ich glaub ich nehm den Blizzard, der friert wenigstens Gegner ein. Äh jetzt sollen wir sowieso mit Adria sprechen ne oder so? Ja genau und dann dürfen wir erst da durch. Na gut dann spreche ich mit Adria, ihr könnt doch schon mal hinlatschen. Na ihr müsst ja erstmal, sollt von Kulle hier wieder so semi belieben. Die alte Lava, wie lange kann man nicht. Du 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 du. Doch. Ich lebe wieder. Ich sterbe gleich wieder. Ich möchte echt diese eine Waffe entlegen. Ich hab auch ne Waffe gefunden die macht 88% mehr Schaden. Aber. Aber. Erholung. Was kann man machen um Erholung zu kriegen auf einer Rüstungskammer. Auf dem Rüstungsleut. Ein Viech. Ah der. Hör auf zu reden. Ja die fangen an zu nerven diese Viecher. Ich werde ihn in eure Tasche legen. Dankeschön. Dankeschön. Sehigkeit war doch Lebenabsorption oder? Ich hoffe es. Ja Tommy hat uns wieder verlassen. Nein. Wer ist Tommy? Wir waren zu langweilig. Natürlich. Ähm. Ach das meinst du? Ja. Vielleicht kann ich die schmelzen. Vielleicht kann ich die schmelzen. Ja ich kann sie schmelzen. Ja ich kann sie. Der Klunker. Cool. Saisonrase. Tappe 3. Boah wie viel Zähigkeit vielleicht. Minus 11%. Aber dafür gut schaden. Das macht nicht viel aus. Cool ich habe einen neuen Zauberstab. So und da möchte ich Geschicklichkeit. Ne Intelligenz rein zu können. Diese explodierende Hand ist immer noch ziemlich cool. Ja die bleibt ja auch eigentlich gut. Weil sie sich ja auch glaube ich mit dem Level erhöht. Ähm. Weiß ich jetzt nicht genau. Also ich glaube die ganzen Zahlen die in grün angegeben sind. Das sind die die sich erhöhen wenn du Level ab hast. Edelsteine entfernen kostet gar nichts mehr auf einmal. Ist das richtig so? Ist ja geil. Das haben sie geändert. Edelsteine kostet jetzt nichts mehr. Weder Sockel noch entfernt. Das ist ja richtig cool. Kann man einfach ausprobieren und wenn man dann sagt so ne passt mir doch nicht. Boah super jetzt mache ich mehr Schaden. So. Das heißt ich kann das jetzt. Ja das ist sehr gut. Das haben sie echt gut gemacht. Ähm. Ja wenn du jetzt zum Beispiel. Ach Moment. Bis bei Fähigkeiten. Du hast ja immer so. Ähm. Zum Beispiel Wutkosten oder. Ähm. Nichts zum Beispiel bei Kampfrausch. Verhältnene Kampfrausch. Äh. 120 Sekunden lang anhält. Und ich glaube sowas äh. Kann sich dann erhöhen bei so nem Effekt. Okay. Aber ich bin mir grad nicht sicher. Leben pro Treffer. Wenn ich hier jetzt. Oha. Das reinsocke. Wie sieht's denn dann aus. Mit dem Schaden. 6002. Das. Ist ein Unterschied. Aber dafür. Aber dafür. Aber dafür. Kein Leben pro Treffer. Ne. Das will ich nicht riskieren. Ich kriege ja eh eine. Gute Waffe. Dein Leben pro Treffer. Da haue ich noch mehr auf Erholung. Die alte Waffe behalte ich mal. Allein schon wegen. Ihr wisst schon was. Im Verlies. Sie wissen schon welches. Level ab. Jetzt kann ich ja stehen bleiben. Dann ist schon der nächste Champion. Ja. Gleich kaputthauen. Wie lange man noch im Berserker Modus ist. Na scheiße. Au 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 au. Au. Lass mich hier mal weg. Lass mich hier weg. Und dann ziehst du sie wieder kümmern. Aber da ist jedenfalls der Große nicht dabei. Ich komme mal rüber. Und. Äh. Bin tot. Sehr gut. Ähm. Ich danke fürs zu sehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.